. . . . . . . Ich habe die Schweiz in Bern sehr gut gelernt. Und ich habe nicht nur kulturelle Sachen, sondern auch das politische Gedankengut der Schweiz zu uns auf die Korea gebracht. Der Papa ist ganz begeistert von dieser Wissen. Etwas, was wir aber schon lange vor euch hatten, ist die Zauberformel, die ihr ja im Bundesrat habt. Bei euch lauten die Formeln 2, 2, 2, 1. Und bei uns ist sie ein bisschen einfacher. 1, no, 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 no. Der Papa hat einfach alle Sätze drin. Ja, mäh, Konkordanz kannst du auch so nicht haben. Jetzt weiss man ja nicht, ob bei euch der Schneiderammann abgewählt wird. Dabei macht er auch so schöne grosse Augen, wenn er nicht mehr weiter weiss. Das ist aber heute. Der Papa kann natürlich bei uns nicht abgewählt werden. Nein, im Gegenteil! Die, die ihn wählen wollen, werden immer sofort selbst abgewählt oder auf Berndeutsch gesagt erschossen. Ich bin fast sicher, ihr habt keinen einzigen Bundesrat, der auf Porn blasen kann. Wir können die Konkordanz ja auch mal künstlerisch anschauen. Wenn man ihm gut zurettet, würde sich der Papa sicher noch aufstellen als Bundesratskandidat. Dann könnt ihr hier eben nachrutschen, oder? Bitte, bitte, bitte! Noch der Papa! Jaaaah, jaaah, jaaah! Angst ist svens, Angst ist svens, auf. Jaaah, jaaah! Sie ist eines für's Lady Und nicht ein Mann aus den Bergen Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen.